Hallo liebe Freunde der Klavier- und Flügelgalerie Maywald. Heute habe ich wieder ein besonderes Angebot für euch. Um was für ein Angebot es sich handelt, erfahrt ihr direkt nach diesem kleinen Intro. Maywald. Klaviere und Flügel. So, wir stehen hier vor einem Stein-WO-Flügel aus dem Baujahr 1927. Im Januar 1927 aus der Fabrik in Hamburg ausgeliefert. Haben wir diesen Flügel vor gut zehn Jahren komplett überholt. Der Flügel ist von außen neuem Polyester beschichtet worden vor zehn Jahren von der Firma INA. Man sieht, es lohnt sich einfach in Qualität zu investieren, weil der Flügel sieht fantastisch aus. Er war auch beim Besitzer immer mit einer Schutzdecke abgedeckt und hat daher schon mal von außen ein wirklich neuwertiges Erscheinungsbild. Von innen ist der Flügel auch tadellos. Die Reparatur von vor zehn Jahren hat perfekt gehalten. Der Flügel verfügt über eine nagelneue Klaviatur mit einer nagelneuen Mechanik. Alles original Steinweh. Einer neuen Dämpfung. Resonanzboden ist überholt. Neuer Stahl, neuer Bassbezug. Ein wirklich sehr, sehr, sehr schön überholter Flügel. Wir verkaufen diesen Flügel im Kundenauftrag. Und kommt vorbei, spielt das Instrument klanglich toll, spielarttechnisch wie neuer Steinweh. Also steht dem in nichts nach. Das Einzige, was anders hierbei ist, der Preis für 39.900 Euro. Wir haben auf die kleinen Spielereien verzichtet. Wir haben nicht 39.999,99 Euro gemacht, sondern er ist tatsächlich noch 100 Euro günstiger als 40.000 Euro. Perfekt erhalten, spielt fantastisch. Kommt vorbei, spielt ihn, probiert ihn aus. Wenn ihr irgendwelche Fragen habt, ruft uns gerne an unter der 02307 12125. Daumen nach oben, Kanal abonnieren. Bis später. Tschüss. Tschüss.